Zehn Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie Lehrer sind. Tanja, das ist eine Sechs. Aber nicht traurig sein. Wird bestimmt das nächste Mal besser. Ja? So! Der Friede sei mit euch, der Hass sei verbannt, das wünschen die beiden aus dem Morgenland. Langweilig! Schlechte Nachrichten. Ihr seid alle dumm wie Scheiße. Pause! Ja! Pause! Ja! Pause! Pause! Wuhu! Mir ist zu Ohren gekommen, wir haben hier eine Schwuchtel in der Klasse. Ich tipp ja auf den Tom. Hallo und willkommen zum Geometrie-Unterricht! Lobet! 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 Ich tippe ja auf den Klasse. Ich tippe ja auf den Klasse. Ich tippe ja auf den Klasse.